Seid für mich, kommt vorbei angegen Livestreams. Ich bin Livestreams. Bunter Haufen, es wird richtig Heidengaudi. Gibt noch, krass, die kleine Wahrschung kennst du noch gar nicht, ne? Ich hab ja hier so eine kleine Wende, die Leute langsam müde werden. Nach 40 Stunden wird es natürlich... Ich verstehe, warum du mir nicht sagst, weil ich wirst wahrscheinlich nicht da bin, wenn du es anwendest. Naja, aber warte mal ab, du wirst die Folgen sehen. Es wird so ein richtig geiles Feature geben. Freust du dich da schon? Nö, eigentlich nicht, weil... Letztes Mal 40 Stunden, 3H, so schön, ne? Die ganze Bude voller Luftballons gehabt, war geil. Solange das Feature halt nicht in mein Zimmer kommt. Hast du ein Herz, da hast du... Hast du ein Kurzspray oder Kurzspray? Nö, nein, nichts, was stinkt. Riech' ich an mich. Ja, aber die anderen Leute. Deswegen ist ja die Promessnahme schon. Franz, witzig.